Hallo! Wir sind jetzt gerade fertig. Von der Kirche kommen wir gerade, die Selina und ich. Es ist Sonntag. Es ist Sonntag, klar, Kirche. Ich habe mir gerade meine Haare schneiden lassen, sieht man. Etwas kürzer Haarschnitt. Und jetzt gehen wir zu einem Makeover. Wow! Also mit Freunden, die haben uns darauf Aufmerksam gemacht, dass irgendwie da kann man so einen Contest gewinnen, keine Ahnung was. Gebt mir gar nicht ums Geld, einfach nur der Fun. Werden wir dann komplett maskiert oder wie auch immer. Geschminkt. Geschminkt. Na ja, Makeover heißt ja, du siehst ganz anders aus danach. Okay, also wir sehen dann ganz anders aus. Werde ich nachher mal ein Video machen. Selina ist voll. Ja, egal. Ich habe Hunger. Ich muss essen. Sie will was essen. Die Pille macht sie hungrig. Ich habe sie gar nicht. So was stellt man nicht ins Internet. Ausgleich meine Tage. Das stellt man nicht ins Internet. Egal, mach ich voll. Ja, ich werde dann nachher mal ein paar Videos machen. Ist das jetzt ein Video? Keine Ahnung. Ich denke. Wir fahren jetzt zu unserem coolen Makeover. Schwimm dich. Nein, wirklich? Sie hasst die Kamera heute. Sie ist halt ein bisschen müde. Well, it tells us to turn right here. I don't know, but like in the momentan. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Makeover. So, wir sind jetzt fertig mit unserem Makeover. Ich habe ihr das Make-up gemacht. Ich kann kein Make-up machen. Ich konnte es noch nie. Ich werde es nie lernen. Ich bin keine Make-up to see. Aha, so wie andere Personen hier. Hey, ich bin es auch nicht. Ja, aber es sieht gut aus. Ja, also das haben wir heute gemacht. Fun, fun. Kostenlos, natürlich. Wir kennen nur so die Connections hier. Alles kostenlos, Make-up und so. Wir haben tausend Fotos gemacht und nicht ein schönes ist dabei rausgekommen. Wenn man nicht fotogen ist, geht sowas nicht. Naja, das war es schon wieder für heute. Okay, ich gehe jetzt. Okay, bis dann. Ciao. Auf.